Auf seiner Wahlkampftour hat Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid den Stadtteil Albstadt-Teilfingen besucht. Gemeinsam mit SPD-Kommunalpolitikern ließ er sich bei einem Rundgang das Sanierungsgebiet südliche Stadt mitzeigen. Im Rahmen seiner Wahlkampftour besucht Schmid alle 70 Wahlkreise in Baden-Württemberg. Nach dem Rundgang gab es eine öffentliche Veranstaltung im Haus der Vereine, bei dem interessierte Bürger mit dem SPD-Spitzenkandidaten ins Gespräch kommen konnten.